Herzlich willkommen bei Runners Point. Wir wollen euch neue Textilien vorstellen aus der Saison Frühjahr-Sommer 2011. Und ich habe hier das neue A400 Kompressions-Langarm-Shirt der Firma Skins. Ja, Kompression, ein Thema, das immer heißer wird. Es ist ja erwiesen, dass Kompressionstextilien leistungsfördernd sind. Die Durchblutung wird verstärkt, es wird mehr Energie in die Muskulatur transportiert und auch die Regenerationsfähigkeit wird erhöht. Damit die Kompression auch wirksam ist, ist es natürlich enorm wichtig, dass das Material eine entsprechende Dehnfähigkeit hat und vor allen Dingen eine optimale Passform hat. Skins verwendet dazu ein besonderes Größensystem, das nicht nur Körpergröße, Körperlänge berücksichtigt, sondern zum Beispiel auch das Körpergewicht. Ja, und wenn dann die richtige Größe ermittelt wurde, ist es natürlich enorm wichtig, dass nach dem Tragen das Shirt wieder in seine Ursprungsform zurückgeht und so auch die Kompression über einen langen Zeitraum aufrechterhalten wird. Skins verwendet dazu sogenannte Memory MX Faser. Man sieht es dem Shirt nicht direkt an, aber man kann es fühlen. Es werden an unterschiedlichen Stellen unterschiedliche Kompressionsstufen verwendet, um die Blutzirkulation zu optimieren. Skins nennt das Dynamic Gradient Compression. Gesonderte Belüftungsflächen hier einmal unter den Armen zum Beispiel und an der Seite sorgen für die nötige Atmungsaktivität. Und außerdem ist das gesamte Material, die gesamte Faser mit einem besonders starken UV-Schutz ausgestattet. Man ist also gerade bei starker Sonneneinstrahlung besonders geschützt. Und zudem wirkt das ganze Material geruchsneutral, weil es antibakteriell ist. Wer sich für die neuen Kompressionstextilien der Firma Skins interessiert, der geht entweder in eine unserer Runners Point Filialen oder schaut nach unter www.runnerspoint.com.